Dann gehen wir überhaupt da in die Ferrerie rauszukommen, wo da keine Spur ist. Ein klassischer wenig Schneescheidue. Und wie immer ist es ja überall so schön in dieser Land. Wir haben unsere zwei Bergspeßel eingedickt. Beim Fümmel müsst ihr immer schön reden, wie soll es gesagt? Ja, schön reden. Nicht scheiße, so. Bergheil. Bergheil. Ich habe mich gefreut. Bergheil. Wo warst du denn? Hier. Und zwar Heißbier. Und warme Luftreden. Aber viel warme Luft. Wenigstens haben wir ein paar Spendien, weil ohne Saufen geht es am Berg nicht. Danke. Ich bin ein Mensch. Und zwei von den Brennern im Kopf. Ja, gut. Dankeschön. Also, das sind doch mehr Steine. Das ist ja gar kein Holz. Das sind Steine, die es da auszerstellt. Aufmerksam. Hoppah. Oboh. Oh, ich dachte, ich bin ein kleineren Mitmegar. Oboh, oboh. Oh, oh, oh. Das geht nicht gut, das ist ja Wahnsinn. Ja, du mit deinem Zauberwärtschen. Du Wahnsinn! Ein gutes Neuse. Grüß dich. Grüß dich! Grüß dich. Grüß dich. Kass, gehst du? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, was? Die Sachen sind stark auch. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank. Bei dir kommt's. Das war's. Ja, das war's denn.